Einen wunderschönen guten Morgen, ein kleines Lebenszeichen von mir. Ich lebe noch, uns geht es soweit ganz gut, aber das Schicksal hat uns übertroffen, leider. Ja, war gar nicht so prickelndes Weihnachten, meine Schwiegermutter ist gestorben, zwei Tage vor Heiligabend. Und wie es so ist, Heiligabend, Bestattertermin und alles mögliche zu erledigen. Alles gar nicht so einfach, aber wir haben jetzt einfach gedacht, ich melde mich zu Wort, was ist los, lange keine Videos mehr. Eins ist sicher, es geht wieder weiter, aber wir haben jetzt noch viel zu erledigen, Haus ausräumen und alles mögliche, also da kommt einiges auf uns zu. Aber wir werden das Ganze meistern und definitiv geht es wieder weiter, keine Angst. Ich freue mich schon wieder drauf, mit dem Dachzelt herumgucken, da wird es auch Videos geben, Kochvideos wird es wieder geben, alles wie vorher. Aber jetzt haben wir mal eine lange Auszeit gehabt. An Färde ging es nicht ganz gut, da waren wir beim Tierarzt, den hätten wir fast einschläfern lassen müssen, schon das zweite Mal. Wir haben ihm noch eine Chance gegeben. Er hat eine Schmerzspritze gekriegt, eine Aufbauspritze. Und kriegt es zwei Tabletten am Tag, also zweimal am Tag. Die sind absolut nebenwirkungsfrei. Und dann schauen wir ihm, dass wir nur eine gewisse Zeit geben und dann können wir leider keine Augen mehr zudrücken, weil er ist auch schon 16 Jahre alt. All diese Sachen, um wie gesagt einiges zum Erledigen, die Trauerfeier war drüben in Sachsen, jetzt bei uns in Bayern ist dann die Urrenbeisetzung, die kommt auch noch. Also, wie gesagt, es gibt viel zu tun, viel zum Erledigen und das ist gar nicht so einfach. Und, aber wie gesagt, es gibt neue Videos, es geht wieder demnächst weiter und dann schauen wir mal, was dieses Jahr so bringt. Ja, alles ist gar nicht so einfach gewesen, aber es hat so kommen müssen, anscheinend. Ja, ich weiß es nicht, aber das hätte nicht sein sollen. Aber es trifft immer in so Zeiten zu, wo man gar nicht damit rechnen hätte. Und das war Weihnachten. Also Weihnachten, Neujahr, Silvester, war halt nicht so die prickelnde Zeit. Aber nichtsdestotrotz, ich wollte mich zu Wort werden. Es geht wieder weiter. Neue Videos, Kochvideos, Auftragsvideos nebenbei, außer Toreich von YouTube laufen auch wieder weiter. Da gibt es auch schon wieder einige Aufträge dieses Jahr. Und wir wollen definitiv mein Dachzelt da ein bisschen rumgucken noch. Ja, schauen wir mal. Aber, es geht weiter. Ihr seid gespannt. Ihr dürft gespannt sein. Ich habe euch nichts vergessen. Habe euch alle lieb, meine Lieben. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Euer Helmut, die Anker Filmschmitte. Halt die Ohren steif und wir werden das Ganze schon meistern. Aber das war mir jetzt eigentlich ganz wichtig. Einfach mal sagen, uns gibt es noch. Uns geht es soweit ganz gut. Also, Servus. Bis zum nächsten Mal.